ja hallo da bin ich wieder willkommen zu einer weiteren folge star wars empire at war falls es nicht klar ist vom video titel ja weiter geht es hier mit das ist ein anti-at wie man sieht oh you don't say ich frage mich ob das ein geheimnis ist oder einfach was zum erkunden daran kann man nicht runter war wieder später weg gemäßtel ich sollte mal wieder speichern weil ich da runter falle und sterbe nein nein genau deswegen hatte ich ein glück genau deswegen das war knapp das war nicht knapp genug ich will alles zeigen ich bin gleich wieder da und hallo da bin ich wieder ja wie man sieht habe ich bisher wieder geschafft hier ist scheinbar irgend so ein kraft generatoren ding was ich vorher nicht bemerkt habe ja das habe ich haben wir schon vorhin aus versehen kaputt gemacht hier stand noch einer den habe ich auch kaputt gemacht mit dem blaster dort ja schauen wir uns mal weiter um das secret von vorhin habe ich auch wieder gefunden aber da gab es ja nichts was bewegt sich da nichts ja piu 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 ham 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 mamam 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 mama schluss mama so oh der echo basis oh ja wirklich da noch ein versteck ja läuft bei mir heute ein versteck wo ich nicht noch eins erwarten würde sehr gut da echo basis ja toll nur leider steht das nirgends drauf gut jetzt wieder mal mehr lichtschwetter action oh wo ist die echo oh finden sie oh ah ich muss nur einmal kurz drücken ok finden sie den weg zur echo phase ok also was ist das wow ja da bin ich wieder ja da bin ich wieder äh ja wie komme ich da rein gute frage äh oh hier ist Moni ähm ich frage mich wie er erkannt hat dass das die echo basis ist um ehrlich zu sein gut 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 3 boing 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 echt gute frage ah hier stehen 3 Türme aber wie gut sieht aus das verbraucht nur die batterie die in ihr alle wird also für die damaligen verhältnisse haben sie das hier schon ganz gut gemacht ich weiß sie ganz gut sehr ganz gut sehr so werde schneller Da ööööö O O Nein O O Nein bum bum oh ist das laut und nochmal speichern einfach ausspielen sieb die nase juckt noch mal elbombojage das rote gehalt wie geil bleiben sie wo sie sind ne sonst was kann ich das eigentlich kaputt machen nein schöne zeit zur seite und limbo spiel nicht geben wo ich spiele star wars also was nehme ich für eine machtfähigkeit ja das ist nicht so toll ok pilze sind immer noch besser ich wollte eigentlich ein zeitung machen aber ok ich frage mich wer baut so einen gang wo man nicht mal hoch kommt selbst als jedi paderwani ich bin drin gegen welche besonderheiten nein nein bleiben sie wachsam wir haben den kontakt zur grenzpatrouille verloren könnte an sturm liegen oder den wampas die sollten nein besser nicht überraschen ich bin froh dass wir dieses doch hier und nicht das kommandozentrum bewachen warum da drin ist es bestimmt schön warm ich will nicht in der nähe dieser schistfanatiker sein die machen mir angst ja ich weiß was du meinst ok jetzt kann ich ankräften ok jetzt kann ich ankräften nein geht doch nicht weg hopp toll wow wow OMG ja es ist ein squeak habt hier ja nicht so ganz wie viele äh fehltreffer waren das fehltreffer 5 5 alter wo irgendwie er will das ist wirklich fast schon nur peinlich äh habe ich ein destructo gewehr nein schade aber ich habe sowas hier bam bam bevor sich dammit bevor sich der da an die knarre stellt schade macht gespür macht wenn er abel nur mit froh hm verlieb aha scheiben ähm sehr gut sehr gut ah ok da war doch was was ähm warte mal warte mal ähm warte mal sag mir nicht ich kann das kann ich kann ich da kann ich nein kann ich nicht ist das nur ein detail oder was Ich glaube, da gab es nichts weiter. Nö, lass mich hoch. Vielleicht ein Python. Hier so? Na, ist hier was? Was ist das? Irgendein Metallblock? Das ist nichts. Gut, dass ich den da kalt gemacht habe. Danke für die Money. Okay, hier ist nichts weiter. Ist dort noch was? Oh, ich kann da rein und da umstehen. Ist da jemand? Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Komm, Challenge, Challenge Time. Okay, das reicht. Ich habe vergessen, dass der automatisch blockt. Okay. Okay. Cool. Paktopunk? Oder so? Oh. 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 ich muss mich heilen oh me no, me no, me no, me no hier ich stehe unter der Höhe hat er den Sessler? so, es wird Zeit für ah oh, Revenstreck das wollte ich nicht kaputt machen das darf ich wieder heilen ah, toll ah ja, Speicher nicht vergessen äh immer schon Speicher nein oh, ich bin ja frei 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 ah, chillt, sehr gut chillt denn eigentlich wie schön das leuchtet wie so eine Lavalampe sonst möchte ich fast auch zu Hause so mhm, Instrumente eben und eigentlich schon äh da ist nichts kann ich hier kaputt machen nein ja 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 okay, recht Entschuldigung, wenn die Ohren wehtun oh geht doch eigentlich kaputt nein nein hört sich so an als würde da jemand kochen yeah ja ich geh nochmal zurück nur für alle Fälle ich geh nochmal zurück nur für alle Fälle ich möchte alles sehen alles da war nichts weiter da war nichts weiter ah, na alles schon wow okay das habt ihr jetzt alle mal äh bitte nicht gesehen mhm toll was für das? Energie? eieieieiei was war das denn ey ich bin durchgelaufen wie Obi-Wan aus Star Wars Battle 2 deiner hier Anstrumpffähigkeit aber nur halt ohne zu treffen eieieiei WAP hää hey uhh wap 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 da stand doch grade zu различ ach egal Ich das LSMAP in die Länge ziehen ähhh bei riesige waschmaschine oder trockner keine ahnung wobei man kann ich wie cool ist das denn kein item zu mir heranziehen da ist nichts ich kann dann nein da ist auch nix was auch immer das sein soll ich spüre um alles zu überblicken ich würde gerade sagen da speichere ich nochmal aber scheinbar nein ist da jemand nein deine mutter wie es da weiter geht sehen wir in der nächsten folge ich hoffe ihr hat keine lange weile hattet ein bisschen unterhaltung am tag da die videos relativ kurz sind naja 15 minuten könnt ihr ja noch am gleichen tag andere videos schauen von anderen leuten oder keine ahnung ihr habt halt noch zeit aber ok äh ciao und schöne quarantäne